Jo, servus Leute, der nächste Online-Kongress ist am Start und ich komme kaum noch hinterher bei der Vorstellung der ganzen Kongresse, aber die Kongresse, die ich vorstelle, da haben es viele in sich und bringen dich auf jeden Fall in deinem Business und in deinem Lifestyle meistens wirklich einen ganzen Schritt weiter und es handelt sich hierbei um den ganzheitlich frei, einfach, bewusst leben Kongress, Online-Kongress unter ganzheitlich-frei.com. Der ist jetzt schon losgegangen, am 5.1. geht noch bis 15.1. und ja, der ist sehr bedeutsam, du siehst hier, es sind hier schon über 6.100 Anmeldungen, allein jetzt glaube ich in der letzten Viertelstunde sind schon wieder 20 dazugekommen, kannst dich hier auch über Klicktipp mit einer Ein-Klick-Anmeldung über Facebook registrieren, hier ist ein cooles Video-Intro, ein Trailer quasi dazu, wer dahinter steckt und was dich erwartet. Ein Schwerpunkt ist natürlich, befreie dich aus dem Hamsterrad, dieses E-Book bekommst du übrigens kostenlos dabei, das hat 70 Seiten und kannst du dir im Anschluss, kriegst du einen Link zugeschickt, zeige ich dir gleich nochmal, wenn du dich registrierst und kannst dir dieses E-Book direkt downloaden. Und insgesamt sind 28 Experten zum Thema ganzheitlich-frei leben am Start, 32 Interviews und wie schon gesagt über 6.100 Anmeldungen und du siehst hier auch nochmal, wer die einzelnen Referenten hier genau sind und bekommst du nochmal einen Einblick, wer so alles da referiert. Und für dich ist der Kongress das genau das Richtige, wenn du dein Leben endlich genießen möchtest, deine Ängste loswerden möchtest, die du im Leben hast und was du selbst für eine Power hast, um wirklich aus dem Hamsterrad rauszukommen, um nicht mehr auf andere Leute angewiesen zu sein, finanziell und natürlich auch vom Leben her, das man führen möchte. Und Glück ist auch so ein Faktor, der hier behandelt wird. Gesundheit, Alterungsprozess kommt noch hinzu. Das sind auch noch so Themen, das ist sehr breit gefächert, auch viele gesundheitliche Themen, Lifestyle-Themen hier am Start. Und hier nochmal die einzelnen Referenten im Überblick, wer dahinter steckt, kannst du jetzt nochmal genau durchlesen. Das sind alles sehr bekannte Lifestyle-Experten hier, insbesondere Erfolgscoach Raho Bornhaus, ganz, ganz bekannt. Und ja, kannst du nochmal die einzelnen Vitas, sag ich mal, so ein bisschen anschauen. Und das sind hier die Veranstalter, Andi und Christina Dimowska, die haben das Ganze hier ins Leben gerufen. Und ja, und hier gibt es noch einen Special Speaker, der dann noch vorgestellt wird. Ist schon vorgestellt worden, weil der Kongress ja schon losgegangen ist. Das kannst du auch nochmal schauen. Und hier nochmal ein bisschen mehr Infos über die Veranstalter. Und ja, machen sie einen sympathischen Eindruck. Und wie gesagt, das ist die offizielle Kongress-Seite hier. Du hast dann alle Interviews 24 Stunden lang, völlig kostenfrei danach. Kannst du im Anschluss an Kongress oder bereits schon früher zum Spezial-Early-Bird-Preis, sag ich mal, oder zum Frühbucher-Preis, ja, das komplette Kongress-Paket kaufen über Digistore24. So, also du meldest dich an. Wie schon gesagt, hier sind verschiedene Boxen, hier oben oder bei Facebook, Name, Adresse oder bei Facebook. Dann bekommst du eine E-Mail, beziehungsweise erst mal eine Danke-Seite. Vielen Dank. Jetzt fehlen noch zwei Schritte. Das heißt, du musst deine E-Mail öffnen und diese bestätigen. Dann bist du offiziell im Verteiler drin und kannst teilnehmen am Kongress. Dann bekommst du hier eine Anmelde-Bestätigung und kriegst dann schon mal hier die Links zur offiziellen Facebook-Seite des Kongresses. Und hier geht es auch zur geschlossenen Gruppe. Kann ich dir nur empfehlen, melde dich dort an zum intimen Austausch. Ganz spannend, weil du dich auch mit Leuten connecten kannst, die da eine Menge Ahnung bei diesen Lifestyle- und ganzheitlich-freithemen haben. Und wenn du das getan hast, bekommst du eine E-Mail, wo du dir auch schon direkt hier dann das E-Book downloaden kannst. Und ja, dann bekommst du, wie gesagt, eine E-Mail noch mit. Das wird immer aktualisiert dann. Kriegst du dann direkt, kannst du dann hier in die Interviews reinklicken, in die unterschiedlichen einzelnen Links hier quasi. Und drückst hier drauf und dann kommst du dann entsprechend rein. Ich habe, wenn man bei Jana Iger zum Beispiel reinklickt, ja, das ist hier, jedes einzelne Interview ist dann so entsprechend hier aufgebaut. Und wenn du hier drauflegst, kannst du dir die eine Stunde lang, ja, das Video anschauen. Ich mache jetzt mal Stopp, das kannst du dir dann anschauen. Hier geht es zum Beispiel um das Thema Rohkoste, Reinigung und Entgiftung. Das ist nur hier ein Beispiel, beispielhaft möchte ich es kurz zeigen, wenn du hier im internen Bereich bist. Kannst das Video entsprechend hier downloaden. Wenn du das Kongresspaket natürlich kaufst, kannst du hier noch zur Webseite des Referenten entsprechend gehen. Und unter jedem Video hast du die Möglichkeit, hier die Pakete downzuladen. Und hier siehst du auch schon, welche, ja, Interviews schon freigeschaltet sind. Das sind die hier zum Beispiel. Und die kommen dann entsprechend noch und werden freigeschaltet. Und da kannst du überall reinklicken und dir auch, ja, das Kongresspaket dann, ja, anschaffen. Und hier hast du nochmal ein Supportformular, kannst auch hier Fragen stellen. Entsprechend die dann bearbeitet werden. Und, ja, wie gesagt, wenn du den Kongress verpassen solltest oder hast du jetzt momentan keine Zeit, kein Problem. Du kannst dir hier unter dem, im Kongresspaket bekommst du alles direkt serviert mit den Exklusivinterviews. Und kriegst das hier für einen Spezialpreis von 89,95 anstelle 149,95. Und hier nochmal alles, wenn du überlegst, wer alles die Referenten sind. Und, ja, das E-Book hast du schon gesehen. Ähm, und, ah, das ist sogar Teil 2, sehe ich hier gerade, das ist der E-Book-Reihe. Also du bekommst nochmal eins drauf hier. Ähm, hast 30 Tage Geld zurückhaltend, das hier ist alles, was du bekommst. Noch Bonusprodukte, also kannst du hier nichts verlieren. Ähm, und hier nochmal ein paar Referenzen, Testimonials. Ähm, ja, wie begeistert die Leute von dem Online-Kongress sind. Und die hohe Anzahl der Teilnehmer mit über 6.000 jetzt schon, zeigt das ja auch. Du bekommst das hier in MP4, MP3-Format, PDFs bekommst du. Also das Kongresspaket ist hier schon ein wunderbares digitales Infoprodukt. Und hier siehst du auch, wer das hier schon alles gekauft hat. Und hier nochmal alle Experten. Im Überblick kann man hier auch nochmal einzeln reinklicken, wer wirklich nochmal dahinter steht. Und, ja, Vegan, also veganer Lifestyle ist auch so ein bisschen ein Thema, was ja ein Megatrend ist. Und hier hast du nochmal Gründe, warum du dir das Kongresspaket sichern solltest. Und hier nochmal ein paar häufig gestellte Fragen. Und du kannst das Ganze natürlich auch noch als Affiliate bewerben, indem du hier auf Partnerprogramm klickst, kannst du dich hier, wenn du bei Digistore24 ein Konto hast, kannst du das Ganze hier nochmal, ja, als Affiliate bewerben. Und bekommst dann entsprechend deine Provision, wenn Leute das Kongresspaket kaufen. Hier, wie gesagt, über Digistore24 und hier einfach deine ID eintragen. Weil du kannst dir dann viele Links generieren und dann kannst du das Ganze über Facebook, über E-Mail-Marketing, über deinen Blog, deinen YouTube-Kanal entsprechend bewerben. Ja, finde ich sehr spannend, den Kongress. Ich kann ihn dir nur empfehlen. Ich bin selbst Teilnehmer und werde mir sicherlich nicht alle anschauen können, alle Interviews. Aber die, die mich interessieren, werde ich mir rauspicken und dann kann man das ja schön auch genießen. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Kongress. Alles Gute und natürlich viel Erfolg, dass du auch in Zukunft ganzheitlich frei leben kannst und aus diesem unsäglichen Hamsterrad irgendwie rauskommen kannst. Alles Gute, viel Erfolg, dein Christian Wickler. Bis zum nächsten Online-Kongress. Alles Gute. Ciao, ciao.